herzlich willkommen zu einer weiteren folge ja wie nennen wir das eigentlich hallo und herzlich willkommen bei meinem allerersten minecrafts play heute spiele ich zusammen mit einem freund er heißt hrg alles klar ja gut hallo was pass auf da sind ja pass auf hier gibt es ein paar blöcke wieder so schön geblieben ja sag mal los okay jetzt habe ich gerade geleckt konzentration das ist ja auf jeden fall wir haben immer noch keine ahnung wie wir das nennen aber in der überschrift ja wahrscheinlich steht es da dann schon bis dahin haben wir irgend so nah ich hasse seine unsichtbaren wände da schon wieder alter das ist ja gesundheit alles klar so ok leiten möchte ja nee du musst hier rüber springen auf dem gesundheit so jetzt hör auf damit man alter auf zu cheaten es ist kein cheat willst du das jetzt ernsthaft durchziehen ohne irgendwie zu hauen voll öde ich werde dich einfach nur umbringen lol du lexpunkt ja deine mama auch es ist naruto style ich hüpfe von baum zu baum und immer schön aufpassen ob da so eine unsichtbare wand ist wie hier gibt es ja welche ja auch denn ich ja ich meine auch den ich bin da ich bin dafür dass sie runterschlagen wird macht einfach umso witziger kann ich dich eigentlich so killen du verkleid was nicht es funktioniert ja alle folge ist man ich war fast da ich hätte ich aus versehen fast wieder gekippt und versuche mich selber zu töten es ist doch fair findest du nicht ok es ist voll unfair gewesen eigentlich da hättest du mich gar nicht töten dürfen ach aber du oder was ja du hast mich runter geschlagen das war nur fair überhaupt nicht klar das gibt es nicht es nennt man nubigkeit es fängt wieder super an erzähl dir eine story ok erzähl gab mal einen hässlichen blauer arsch ne blau bahl ach keine ahnung ich kann die geschichte nicht ende ja komm ich will weiterhüpfen ja ja vier minuten und wir hängen immer noch am ersten auf ach das ist dein übrigens jetzt dein dritter versuch ne ja ja ich weiß ich hab mir so überlegt ne vielleicht denkt er das nicht wir machen nein ja du bist auch gestorben ne ich hab mir so überlegt ähm wir machen das ein bisschen anders mit den strikes aha ja dass ich 5 kriegen kann achso nicht 1 ne 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 und du 3 achso ja klar ja dann du auch 5 weil schau mal wenn ich jetzt 3 habe dann bin ich ja gleich einmal jawoll ich hab mich voll erschreckt wow 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 guck das ist voll naruto style ich hüpfe von baum zu baum und jetzt noch eine runde okay noch eine runde komm ich hab's gleich geschafft joh 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 oder bist du da oh du bist gleich da oh gott oh er ist da kriege ich kriege ich ne kriege ich nicht also ich starte ne ja fang an ich muss nur kurz spawn point setzen da hä hast du schon untergefallen ich glaube man muss von unten starten ne ja was ist das ne man muss man muss danach runter ey du kleiner cheater hä ja man muss danach runter ja gut hat er pech gehabt der hat so gebaut dass ich's kann dass ich's so machen kann hey das ist ungefähr ja der hüpft halt runter und dann macht das gleiche ne jetzt muss ich jetzt bin ich hier wo ich ne das gibt es nicht reite den wind sagt er mir ich hab gleich seine mama da kleine lust knabe wow jetzt mach ich mal hier hin was ist das hä wo bin ich ja ok ich glaub hier komm ich gar nicht durch oder ne ja wo bist du gelandet machst du ja ne das war jetzt falsch hä wie kommst du jetzt raus hä bin grad hinterher geflogen ach so geflogen hä 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 ich blick die map net hä hä ich blick hat gar nichts wenn du da hochkletterst wo du gerade stehst dann kommst du zurück ne ja da steht übrigens ein Pfeil obendrauf du bist du laufst halt gerade rückwärts ne ja ich weiß ich glaube ich mal kurz ich bin kurz runter springen dann sollst du durch das glas ja ich weiß habe ich dachte da kann man vielleicht auch so ich weiß ach du sonnsturm verdammt man hier rüber ja bestimmt weil es auch so einfach ist ja ok für dich vielleicht aber hier kommen wir noch eine story warte das ist jetzt schon ein neues level oder natürlich und wie lief es heute bei dir wie war dein tag aber wir haben deutsch geschrieben hast du es geschafft dein name richtig zu schreiben oder bist du noch nicht soweit ja doch das hat geklappt ja okay dann hast du schon mal mit fünf das ist das nämlich das wichtigste was ist ja dann hast du die thema das thema nämlich nicht verfehlt nämlich endlich mal gibt es keine blöcke oder zu finden in seinem leben kann alles durch hüpfen ja gut verkack jetzt nennen ja ich zeige das ist ganz wichtig dass jetzt nicht runterfallen machen wir gleich weiter nach ja ja noch all das alles der hat es die roten bunten blöcke benutzt jemand was ist halt fast gar nicht jetzt habe ich kurz gelangt hier hoch und dann du kannst dich an dem glowstone orientieren achte ich bin ich ja richtig ich habe keine ahnung was geht hier weiter serve the lava also als erstes den den wind entlang gleiten hey warte wohin muss ich ja auch ich jetzt eine unsichtbare wand okay gut zu wissen ja noch mal zurück zum thema welchen darum sind wir gelassen wenn ihr bei deutsch was hast du für ein thema gehabt grammatik ihr habt eine eigene schulaufgabe noch zu grammatik welcher klasse bist du fünf oder das zehnte herr warte wie kann man hier durch ja ich soll es jetzt ja bitte so geht das hier unten geht es dann weiter ich setze hier mein spawn point du setzt hey oh mein god ja nee ich habe ja okay weil da war ich es nicht so ein bob was auch kannst du gleich zeigen ich bin gleich ich habe es geschafft es gibt es nicht ich hatte den ersten das ist das ist noch easy peasy serie guck so jetzt bin ich drüben das schwierige ist nämlich dahinter da warst du schon ja ja das ist ja ich hab's ja gehört auch gemacht das war ja ich schweige kommt erst danach dann wird es nämlich erst richtig schwer um ein gott also bis dahin zergeht das solltest du easy peasy schaffen ja ich bin gerade zu früh abgesprungen wenn ich mir gerade selber so beim reden zu höre dann merke ich dass meine wort weil nicht sehr variabel ist also ich meine ich benutze hier die ganze zeit easy peasy mein gott und du bist ein noob das ist halt echt so und das sollten wir ändern nein ja doch okay siehst du ich habe weder oh mein gott du bist ein noob oder easy peasy das war jetzt nicht mehr oh mein gott das war nicht easy peasy du loob oh mein gott nein okay auch so und wie kommt man da hoch ja genau das ist es ja da bin ich jetzt schon dreimal verreckt du musst dich genau an die kante stellen und rüber hüpfen ach so lol hat es geschafft lol das pisse alter und wie jetzt hier weit machst du oh mein gott ja nee ja gesagt sollte das vermeiden ich sag mal oman oder scheiße oder mist oder er kommen ja ich glaube ich glaube ich bin ich richtig noch gar freu mich grad freu mich grad wie so ein keks er und jetzt wärst du das gemacht ja keine ahnung ja genau und jetzt auch anlaufen und dann muss ich ja genau passen danach ist nichts mehr noch kannst du noch weiter spielen hier wird es witzig entweder es darfst du gleich auf der labe helfen ne 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 kannst du selber springen ich schlag dich rüber nein dann höre mich selber erster mal wieder so ist mir doch egal weißt du was noch geil werde wenn an der seite lol ist es nicht diese katze da steht doch da auf dem schild was die jahre dieses vor nieren katze ich bin ja wieder gmod oh mein gott wieso muss es immer regnen glaube ich dir jawohl wenn wir jetzt hier lang glaube sind aber wenn du da so ähnlich und neun das kannst du mir nicht erzählen was für ein wichser ohne scheiß wenn du das nicht lustig zweifel nicht klang bei bahn ich klauen dieses weibach doch los zwei vorgesehen ich weiß sowas Dora-Fan-Gerl. Ein jeder Dora-Fan weiß auch immer. Dora, hilf mir. Yeah, we did it, we did it. Yeah, we did it. Also deren, äh, deren Sprachgebrauch war auch überwiegend nur yeah, we did it. D-d-d-d-d-d-d-d. Ah? Ja, der schreckt mich grad ein bisschen auf. Du musst es mal konstruieren. Geduldig angehen und es einfach alles in einem Mal durchhüpfen. Ey, ich hab's grad verkackt. Also meine Challenge ist es, ohne Sprinten aufzuhören, hier durchzuhüpfen. Aber es geht nicht, weil ich nicht weiß, ob hier was ist. Swiper nicht clown. Swiper nicht clown. Ich dachte immer, da hieß Swiper oder so. Keine Ahnung. Und wie schaut's bei dir aus mit Schulaufgaben? Hast du bald alle fertig? Wir sind, tatsächlich sind wir, glaub ich, so gut wie fertig. Du ver-fick da gleich noch wo hin sonn. Ei. Das verdient. Ist nur fair. Auf jeden Fall, wir sind halt echt fast mit allen fertig. Aber es sind ja nur noch vier Monate. Dann... Wow, du... Was hat mir so wirklich gesprungen? Oh nein. Ihr seid nicht so gut mit allen fertig, ja? Und ja, in vier Monaten fangen ja die Prüfungen an. Aha. Und ja. Wir sehen, wie ich das meistern werde. Nein! Hast du verdient. Vier Wochen erst, okay. Ja, bei mir... In vier Monaten, was für vier Wochen? Vier, vier Monaten? Ach so, ich meinst deine letzten... Ja, ja, meine letzten Prüfungen, genau. An Schulaufgaben, glaub ich, kommt nur noch Mathe, glaub ich. Aber... Ich hab so das Gefühl, wir sind in Mathe schon fertig. Okay. Ja gut, ich hab in zwei Wochen dann beginnen meine richtigen Testtate. Nomnomnomnomnomnomnomnomnom. Dann halt drei Stunden durchschreiben. Uff, okay. Das ist krass. Das Dumme ist beim Maschinenbau, das Zeug ist ziemlich haarig. Haarig? Ja, haarig. Danach kommt dein Level aus uns beides erfreut. Eislevel. Eislevel. Du hast noch zwei Versuche. Ah, ich hab gehofft, würde es jetzt nicht werden. Ja, dann sollte ich mich mal konzentrieren, oder? Nee, nee, ich schau dich schon an, ja. Ja, we did it. Nein! Okay, ein Ding noch. Ich spiel das jetzt echt alles in einem Mal durch. Versuch's. Ja, wie erinnert. Da läuft er noch gegen die Scheißwand. Ja, das ist, das ist ja nur bis zum Orangenen, dann sind ja keine Wände mehr. Okay. Und bis dahin kann man sich ja alles merken. Genau, fertig. Jetzt sind keine Wände mehr da. Jetzt kannst du's schaffen. Und? Nice. Da ist der Vierersprung. No! Komm rüber, du hast einen Strike. Mama! Ich spiel dich zu, oder her, komm so. Du hast einen Strike. Ja, nehm ich an. Nice. Das heißt, ich hab zwei Strikes, er hat einen Strike. Easy, würde ich sagen. Icelance. Gut, und ich würde sagen, hier beenden wir dann auch wieder die Folge. Bin ich auch dafür. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Hey, du sollst nicht zurück. Und, ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein. Au. Tschau. Tschüss. Tschüss.